Hallo, herzlich willkommen bei Blende 8, dem Fotopodcast aus dem Hause Galileo Press. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und unser heutiges Thema ist die Canon 550D. Diese Kamera ist nicht so richtig einzunorden. Von der Typenbezeichnung her ist sie als Nachfolgerin der 450D und der 500D gedacht. Von den Features her könnte sie auch die kleine Schwester der 7D sein, dem Flaggschiff der ASPC-Kameras von Canon. Canon selbst bezeichnete die Kamera auf einer Pressekonferenz als Baby 7D. Das zeigt schon, wo das Unternehmen dieses Modell einordnet. Ich persönlich sehe sie allerdings eher als Nachfolgerin der 450 und 500D. Das liegt nicht nur an der Typenbezeichnung, sondern letztendlich auch daran, wie groß das Gehäuse ist und an der Bedienung. Betrachtet man die Kamera von außen, so findet man das gewohnte Kennendesign dieser Preisklasse. Es käme wohl niemand auf die Idee, diese Kamera als Moliden zu bezeichnen. Dafür ist sie einfach zu zierlich. Sie ist im Prinzip ohne Batteriehandgriff schon zu klein für große Männerhände. An der Vorderseite hat sich nicht viel geändert. Lediglich das Typenschild, das hier noch zweigeteilt ist, ist nach oben gewandert, sodass es jetzt komplett zu sehen ist, wenn ich mit der Kamera arbeite. Ich denke aber, das ist wohl mehr ein Marketing-Gag. Auch auf der Rückseite hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Das bekannte Schalter-Layout ist geblieben. Allerdings sind die Tasten jetzt geformt und passen sich damit wesentlich besser dem Design an. Sie sind auch sehr gut zu handhaben. Neu sind zwei Tasten, nämlich auf der einen Seite hier die Q-Taste, mit der ich das Quick-Menü, das Schnelleinstellen-Menü sofort aufrufen kann, um Aufnahmeparameter sehr schnell zu verändern. Und hier oben die Live-View beziehungsweise Video-Taste, mit der ich beim Foto-Modus in den Live-View umschalten kann und im Video-Modus die Videoaufnahme starten und stoppen kann. Wirklich neu ist das Display auf der Rückseite. Zum ersten Mal verbaut Canon ein Display mit einem Seitenverhältnis von 3 zu 2. Dem Seitenverhältnis, das auch den Aufnahmen, die die Kamera macht, entspricht. So ist das Betrachten der Bilder ohne störenden schwarzen Rand möglich. Das Display selber hat auch eine höhere Auflösung als die Vorgängermodelle. Mit über einer Million Subpixeln stellt es reale 720 x 480 Pixel dar. Das genügt, um Bilder sehr gut bewerten zu können. Leicht verändert haben sich auch die Anschlüsse, mit denen die Kamera den Kontakt zur Umwelt aufnimmt. Neben den bekannten Anschlüssen wie Mini-HDMI, USB mit eingespieltem Video, sowie der Klinkenbuchse für die Fernbedienung, ist ein weiterer Anschluss für ein Stereo-Mikrofon hinzugekommen. Dieses Feature werden ganz besonders Videofilmer zu schätzen wissen. Wie bei der 7D verfügt das neue Kameramodell über etwas mehr als 18 Megapixel. Dabei wurde nicht der Chip aus der semiprofessionellen 7D übernommen, sondern ein spezieller für die 550D entwickelt. Auch bei der Belichtungsmessung ist die Verwandtschaft zur großen Schwester zu erkennen, denn das Belichtungsmesssystem wurde von der 7D übernommen. Der IFCL-Sensor analysiert mit seinen 63 Messfeldern nicht nur die Helligkeit des Motives, sondern wertet zusätzlich auch Schärfe und Farbe aus. So soll das System für noch genauere Belichtungen sorgen. Allerdings lieferte auch schon die 500D mit ihren 35 Sensoren bei der Belichtungsmessung gute bis sehr gute Ergebnisse. Beim Autofokus dagegen hat sich nichts geändert. Beide Kameras verfügen über 9 AF Sensoren, wobei der mittlere als leistungsstarker Kreuzsensor ausgelegt ist. Das vielleicht etwas bessere System der 7D mit 19 Kreuzsensoren, die sich wahlweise zu irgendwelchen Gruppen zusammenschalten lassen, bleibt auch weiterhin dem Topmodell vorbehalten. Wie nicht anders zu erwarten, sind die Menüs und Programme bei beiden Kameras immer noch halbwegs identisch. Es ist nichts Wesentliches dazugekommen und es fehlt auch nichts Wesentliches. Intern ist eine Bignitierungskorrektur dazugekommen. Das heißt, die Kamera, die 550D, korrigiert automatisch Objektivfehler von Canon-Objektiven und diese Liste der Objektivkorrekturen kann über das Internet aktuell gehalten werden. Ganz schön ist auch ein Feature, das es bei anderen Herstellern schon lange gibt, bei Canon jetzt aber zum ersten Mal eingeführt wurde, nämlich die Begrenzung der ISO-Empfindlichkeit im Automatikbereich. Das bedeutet, wenn Sie mit der ISO-Automatik fotografieren und die Kamera automatisch den ISO-Wert wählt, einen niedrigen bei hellem Sonnenschein, einen hohen bei Dunkelheit, können Sie diesen höheren ISO-Wert begrenzen, sodass Sie nicht aus Versehen in einen Bereich reinkommen, wo ein unerwünschtes Bildrauschen entsteht. Schade ist, dass die elektronische Wasserwaage von der 7D nicht mit übernommen wurde, denn dieses sehr nützliche Feature gerade für die Architekturfotografie ist etwas, was ich persönlich bei dieser Kamera stark vermisse. Hier gibt es zwar von Kaiser zum Beispiel eine kleine Wasserwaage, die man aufsetzt und die sehr nützlich ist, aber letztendlich wäre es doch sehr schön gewesen, Canon hätte diese Wasserwaage auch in das Modell integriert. Zur Bildaufzeichnung verwenden beide Kameras SD-Karten. Dabei ist neu, dass die 550D SDXC-Karten verwenden kann, der neue Standard dieser Karten, der irgendwann mal bis zu 2 TB Speicherplatz bieten soll und eine sehr schnelle Datenübertragung. Das heißt, mit dem Kartenslot in der 550D bin ich wirklich auf dem neuesten Stand und auch verhältnismäßig zukunftssicher. Das wichtigste Feature habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Die neuen Videoformate. Canon hat mich erhört und erkannt, dass das Videoformat der 500D wirklich Schrott ist, mit dem keiner was anfangen kann und in die neue 550D alle wichtigen Formate integriert, die den Videofilmer glücklich machen. Das sind die bekannten HD-Formate 1080 und 720p sowie 640x480 Pixel und eine reduzierte 640er Auflösung, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. All diese Formate sind in unterschiedlichen Bildfrequenzen anwählbar, von 24 Bildern pro Sekunde bis 60 Bilder pro Sekunde, je nachdem, ob ich mit PAL oder NTSC drehe, was am Computer heute eigentlich keine Rolle mehr spielt. Mit der reduzierten 640x480er Auflösung hat es Folgendes auf sich. Die reduzierte Auflösung ist praktisch ein Crop-Faktor hoch 5. Das heißt, die Kamera nutzt nur den wirklich mittleren Teil des Sensors und bewirkt damit eine enorme Brennweitenverlängerung. Das Schöne an diesem Bildformat ist, dass es zu keinem Qualitätsverlust führt, denn die Kamera verwendet die realen 640x480 Pixel des Sensors. Ganz klar, Videofilm mit dieser Kamera macht Spaß. Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass eine DSLR keine vollwertige Videokamera ist, aber für den Profi oder den engagierten Amateur, der einen erhöhten Aufwand bei der Produktion nicht scheut, um filmtechnische Bilder zu bekommen, der wird mit dieser Kamera und mit dem Videomodus sehr glücklich werden. So, ich glaube, ich habe alle wichtigen Features des neuen Modells genannt. Die Frage ist, lohnt sich der Kauf? Da muss ich sagen, wie immer, das kommt darauf an. Wenn Sie Besitzer einer 450 oder einer 500D sind, sollten Sie sich die Anschaffung sehr genau überlegen. Sicher, die Features des neuen Modells sind begehrenswert, sind interessant, aber überlegen Sie genau, ob Sie diese Features benötigen und wie häufig Sie sie benötigen. Denn ein Tausch alt gegen neu führt sicherlich zu einem hohen Wertverlust, zumal wichtige Zusatzteile wie der Batteriegriff und die Akkus nicht weiter verwendet werden können. Fotografieren Sie lieber noch ein wenig länger mit Ihrer alten, sparen Sie ein wenig länger und kaufen sich dann die 7D oder das Nachfolgemodell. Für all die, die vor der Entscheidung einer Neuanschaffung stehen, vielleicht zum ersten Mal eine DSLR-Kamera kaufen wollen, kann ich die 550D nur wärmstens empfehlen. Zumal mit diesem Modell die 500D endlich erwachsen geworden ist und das bietet, was man eigentlich von ihr schon immer erwartet hat. Ich hoffe, dass ich Ihnen etwas Neues vermitteln konnte, Ihnen weiterhelfen konnte bei der Entscheidung, welche Kamera Sie haben wollen und würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt Blende 8 aus dem Hause Galileo Press. Tschüss, bis dann! Tschüss, bis dann!